Hi, ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr. Hi, ich bin Azubi im ersten Lehrjahr. DTB steht eigentlich für Donau Trockenbau. Aber für uns steht es für das Team begeistert. Ein Teil davon zu sein macht Freude. Wir freuen uns jeden Morgen nach dem Aufstehen in die Arbeit gehen zu dürfen. Wir sind im Büro, doch auf der Baustelle fehlen uns Monteure. Du wirst krass entspannte Kollegen, Betriebsklima nice and comfy, einen ehrlichen Job im Handwerk. Sei kein Laun, werde Teil des Teams von DTB Ausbau.